Was geht ab, Freunde und Supporte? Willkommen zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Wir stürzen uns direkt wieder in die Action, nächste Mission beginnt. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Sich verstecken nur, um zu überleben, das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Im Dunkeln zu warten, dass was passiert? Das ist für mich keine Freiheit. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Bitte, lieber Android, Android, bitte nicht noch weiter da in den Ausschnitt. Nicht, dass das Video wieder wegen Nacktheit und pornografischen Inhalten gesperrt wird. Danke, YouTube übrigens. Egal. Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank für euer Feedback auf die letzten Folgen. Ich freue mich wirklich, dass das Let's Play so gut bei euch ankommt. Was wirklich auffällig ist mal wieder, und das feiere ich wirklich sehr, viele Kommentare einfach. Viele Kommentare. Es ist einfach immer so. Es ist bei Heavy Rain so gewesen. Ja gut, nee, bei Heavy Rain habe ich nicht zum Release gezockt. Dementsprechend ist da immer weniger los. Aber Beyond the Souls damals, Until Dawn vor allen Dingen auch, ging mir auch so die letzten Tage durch den Kopf wieder, wie krass ich einfach diesen unfassbaren Cliffhanger gemacht habe damals. Ah Gott, Freunde. Einfach richtig, richtig nice. Also vielen Dank für den Support, Freunde. Und gerne weiter supporten. Und auch an die Leute, die mir schon privat geschrieben haben, oder auch öffentlich auf Twitter oder so, dass sie zum Beispiel auch das Angebot genutzt haben von meinem GamesRocket Partner. Vielen Dank, Freunde. Auch das ist natürlich sehr nice. North heißt sie, okay. Porno Roboter. Porno Roboter. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du ja am falschen Ort. Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich finde Lucy, Erkunde Jericho. Okay. Ich glaube, sie war so ein Porno Roboter. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber er nennt sich Si... Ist das nicht der Android von Anfang? Ist das nicht Daniel? Daniel, nein! Tien. Yo, was geht? Am Feuer steht, ist cool, oder? Was ist das denn hier für einer? Was ist mit dir denn los? Sleepen die? Die schlafen, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube, die schlafen. Kiste bereits geleert. Ja, ich glaube, Markus wird den Aufstand anführen. Und, äh... Ja, kleine Anführer von... Von, äh, den Maschinen werden. So ein Freiheitskämpfer, Aufstands... Boy, so. Was ja ganz nice ist. So Feuer brauchen wir nicht, wahr? Du bist ein Mensch. Äh, du bist kein Mensch. Weil fühlen tun sie ja nicht. Obwohl, tun sie jetzt... Tun sie jetzt fühlen? Also, können sie jetzt fühlen, nachdem sie ihren Chip entfernt haben, eigentlich? Weil, Connor hat uns das ja erklärt, dass das irgendwie so... Irrationales Verhalten hervorruft. Auch sie reibt sich ihre Hände, als wenn sie frieren würde. Aber, eigentlich spüren sie ja keinen... Keinen Schmerz. Weil, sonst hätte ja Connor irgendwas gesagt, nachdem er am Anfang des Spiels, äh, in die Schulter getroffen wurde. Oh. Ist das ein kleiner Androiden-Junge? Stimmt, wir haben noch keine Kinder gesehen, ne? Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber, das reicht einfach nicht. Und, wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Hey, wer summt da so schön? Und warum werden die dann nicht aktiv? Warum? Worauf warten die denn? Sag doch nicht, dass du Simon bist. Ey, du bist doch Daniel. Du bist doch Daniel, oder nicht? Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Markus. Schönen, dich kennenzulernen, Markus. Oh, Mann. das wäre auf jeden fall es ist warte mal kann man die nicht irgendwie reaktivieren oder so das geht das nicht wenn wir jetzt sachen finden würden könnte man sie nicht reaktivieren aber wenn man neue energie quasi für sie findet es ist bestimmt lucy in einem üblingszustand mein dialyseprogramm funktioniert nicht es hätte wohl ohnehin keine guten nachrichten was ist mit ihr passiert sie wandten mich an einem auto fest sie wollten ihren spaß sagen ich will mich nicht abschalten nein ich will mich nicht abschalten bist du lucy Setz dich Zeig mal Ich stoppe die Blutung Trinkt das Ich stoppe die Blutung Gib mir deine Hand Du hattest alles Und hast alles verloren Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir Dein Herz ist geteilt Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal Woa 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 Kranker Scheiß So Simon Ich weiß wo Ersatzteile sind Die Cyberlife Lagerhäuser unten am Hafen Da ist alles was wir brauchen Die Docks sind bewacht Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen Die Menschen verhindern das Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis Wir haben keine Waffen Und selbst wenn keiner von uns weiß wie man kämpft Wir werden gar nicht kämpfen Sondern stehen Sie werden uns alle töten Vielleicht Aber immer noch besser als sich abzuschalten Ich bin dabei Wir könnten es versuchen Okay Bin dabei Jawoll Bruder Nice Ich hab 100% anscheinbar Oder Ja man Was ist eigentlich die Legende Das haben wir nicht einmal Spielwinde Geschwerte Wege Tod Nein Ich sterb doch nicht So warte mal Jericho Jericho Achso Jericho im Gesamten Ist neutral Guck mal 90% haben nur mit Josh geredet Es werde Licht 86% haben sich nur die Mühe gemacht Das Licht anzumachen Das ist ja super Na gut Okay Freunde Ich würde sagen Wir machen an dieser Stelle mal Schluss Passend Wir haben gerade ein Level beendet Und die letzten Parts Waren auch super lang Deswegen Passt das schon Freunde Ich danke fürs Zusehen Ich hoffe es hat euch soweit gefallen Bin mal gespannt Freunde Aber jetzt mal ernsthaft Bin ich ja Ist das Daniel Ich glaube das ist Daniel Das muss noch Der sieht so aus So ein komisches Markantes Gesicht Und ich muss dir auch mal Was hervorheben nochmal Unfassbar gut vertontes Spielwinde Die Hauptstimmen Auch jetzt Wie hieß sie Nancy oder was Typ Ne wie hieß sie Habe sie gar nicht angezeigt Naja Doch Steht Ne North hieß sie ja Stimmt North Auch die Kennt man natürlich Die Stimme Super gut Vertonten Muss man einfach mal sagen Wir haben echt Glück In Deutschland Gut Das war's Wir hören uns beim nächsten Mal Freunde Danke fürs Zusehen Ich hoffe ihr hattet Spaß Wir werden kommentieren nicht vergessen Haut rein Und tschüss